Hallo zusammen, ich bin Michael Schenk. Ich mache hier im Wohn- und Pflegeemützigen die Lehre zum Fachmann mit der EBS Unterhalt. Wenn du schauen willst, wie mein Alltag so aussieht, dann komm doch mit. Was mache ich am liebsten? Ja, ich sage immer, das ist eigentlich die Abwechslung, die zu unserem Job gehört. Und das ist eigentlich auch das, was ich am liebsten habe. Darum kann ich eigentlich auch nicht sagen, was ich für eine Arbeit habe, die ich am liebsten mache. Das ist eigentlich wirklich die Abwechslung des verschiedenen, die man tagtäglich macht. Genau. Ja, unsere Haupttätigkeit ist eigentlich ein wenig mehr drin, mehrheitlich. Da gehört sicher die Reinigung dazu, die Lege des Gebäudes, der Sanitäranlage und so. Und was drin ist sicher auch noch Reparaturen, die wir ausführen. Daraus ist dann mehr die Grünanlage, die wir uns kümmern, das Rasenmäe und so. Wie es sicher auch noch dazugehört, ist dann die Sorgung von Daten. Für meine Lehre sollte man sicher zuverlässig sein, wie eigentlich an allen Orten auch. Weil es sicher von Vorteil ist, ist das handwerkliche Geschick und das praktisch-technische Verständnis. Und sicher, dass man fit ist, körperlich belastbar ist. Weil es bei uns sicher ein sehr grosser Vorteil ist, wir haben wirklich ein sehr grosses Team. Wir sind alle in den verschiedenen Fachrichtungen ausgebildet. Wir haben wirklich vom Elektriker bis Dessen zu den Gärtnern haben wir eigentlich wirklich alles, was man braucht für einen guten Umhalt. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich doch bei uns. Wir freuen uns auf dich! Bis zum nächsten Mal!